Hallo, und da sind wir wieder wieder zurück zu unserem Minecraft Let's Play, ich stehe hier gerade am Strand, ich habe keine Ahnung wo der Santa Claus momentan ist. Ich bin im Haus, Leute. Er ist im Haus, ja, wir haben diesmal was ganz anderes probiert, diesmal sitzen wir nicht nebeneinander, sondern jeweils beim eigenen Zuhause und über Skype halt die Telefonie und alles. Ja, läuft alles wunderbar, da ist er ja, wie geht's? Jo, läuft flüssig alles. Ja, bei mir auch, das Problem ist irgendwie meine GUI, also UI Größe ist halt momentan irgendwie so klein halt, ne? So, jetzt steigen wir mal wieder ins Spiel ein, gerade eben, ich musste dieses GUI einstellen und alles, irgendwie, keine Ahnung, Minecraft. Wo war ein Gas, ach, bist du in Nater? Ja, da, hhhhhhh. Komm lieber da raus, du hast kein Feuerzeug. Ich weiß. Ähm, so, und da sind wir wieder. In unserer Minecraft Let's Play, genau. Ähm, diesmal ganz anders. What the fucking hell, Alpser, du bist bei mir im Boden, ich sehe nur deinen Kopf. Warum bist du bei mir? Nein, greif den Typ doch nicht an. Da ist sonst wieder alles kaputt. Ey. Ja, wir haben alle das mal repariert. Lass doch rein, lass doch rein, lass doch rein, lass doch rein. Schlafen. Er pendelt oder was? Ja, ich komme. Noch da? Ja. Ey, du liegst auf meiner Seite. Oh, schau. Nein. Morgen. Guten Morgen allerseits. Ähm. Tja. Oh, ist das ein wundervoller Tag. Eben kurz. Ne, was wollte ich denn? Keine Ahnung. Ja, stimmt. Hast du noch irgendwo Seeds? Also ich meinte... Stimmt, ja, stimmt, ja, stimmt, ja. Wie bitte? Hast du noch Seeds für Bäume oder so? Äh, ne, die habe ich glaube ich alle gepflanzt oder ich habe die in der Ruhe gelassen, weiß ich jetzt nicht. Ne, du hast die nicht alle gepflanzt, okay. Wo habe ich die denn alle gepflanzt? Kann doch gar nicht. Du musstest die ja noch im Inventar haben. Doch, habe ich. Dann pflanzt sie mal. Ja, ja, aber ich weiß nicht wo, hier ist so schöne Gegend, ich will hier keine Bäume pflanzen. Dann pflanzt sie da unten hin oder so. Ach, pass mal auf, ich pflanze sie um den See herum, ich mache so den Kronbacher Creeper. Äh. Äh, Creeper. Ach, stirb. Nicht platzen. Hörst du, hörst du, hörst du, hörst du. Oh, puh. Äh, ja, das war's. Mit dem netten Herr, Herr Creepermann. Also sowas, ja, das geht ja wohl gar nicht. Ach. Was dammelst du? So, ja. Und bei epischer Gameboy Color Musik Pokémon, die rote Edition, hüpfen wir jetzt gerade den Berg hoch und schauen uns mal an, was wir hier noch für Möglichkeiten, was wir hier noch für Möglichkeiten haben, bei dem, bei dem, bei dem, bei dem. Häuschen hier, ich denke mal, das ist viel zu dicht an dem Häuschen dran, aber das ist ja nur der Anfang. Ich denke mal, das geht schon in Ordnung, irgendwann müssen wir sowieso alles umsiedeln, also das Haus hier, macht euch keine falsche Hoffnung, das wird alles abgerissen. Tut mir leid, ist aber leider so. Welches Haus hier mit dem Gerissen, das kleine? Nein, unser Haus, genau. Nicht das, nicht der Neter, nicht das Neterportalchen. Weil, das ist zu dicht daran. Äh, was kann man machen, was kann man, ah, hier, Eichenholz haben wir. Aber, machen wir das mal so. Bisschen mal was ganz anderes, ne? Oh, ja. Ähm, so. Ja. So. So. Und dann. Nein. Ich brauche Steinziegel. Teilchen. Ähm. Hop, 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 hop. Hop. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. So viele brauche ich gar nicht. Äh. Äh. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und. Her damit. So. Effekt. Pam. 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 Ähm. Ja. Ähm. Pam. Nein. Nicht so Pam. Pam. Ja, das kannst du nicht angehen, ey, Mensch, ey. Boah, was soll denn das? Pam. Ne, das ist mir zu, zu tief. Ähm. Ähm. Äh, Erde, 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 Erde. Dann mal eins, zwei, drei. Und hoch. Pam, 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 pam. Und. Pam. Hast du das gerade gehört? Was? Okay, dann haben wir Glück gehabt. Wer meine... Kannst du dir denken? Ähm. Ähm. Und schon mal Tor? Ja, so, so, da, wo der Rad durch den Tunnel läuft. Ja, Mann. Und bei epischer Gameboy Musik wollen wir hier... So, ähm. So, ähm. Zack. 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 Und... Zack, 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 zack. Ähm. Wie sieht das aus, wenn ich... Ich bin gerade am Angeln. Ich höre dein Tor die ganze Zeit, Alter. Ja, nicht schlimm. Ich bin... Psst. Hehehe. Äh. Da, da. Dann machen wir da. Da. Und da und da. So. Hier dasselbe. Da. Da. Und... wieder neue treppen machen. Mist. Wir brauchen wirklich Steinziegel. Du musst mal hier wieder Cobblestone da rein klatschen. Ich mach das mal eben. Zack, 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 zack. Ich hab noch genau ein Ziegel, ein Slab und 16 Treppen, die ich jetzt noch brauche. Ja komm. Wo bist denn du gerade? Unten am Strand. Ach, cool. Ist schon cool, so einen Strand hier zu haben, ne? Ja. Boah, Alter, voll kühl. Ich bin der Kühlste in der Schule. Ich versinke in epischer Minecraft-Musik. Und dann gerne mal Color-Musik oder was? Ja. So China-Chinatown-mäßig. Pam. 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 Und... Pam. 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 merke ich sehe ich aber noch ein bisschen muss ich also hier hier ich bin aber auch ein funk ich komme sofort ja komm lass eben kurz ben rechts ist meine seite links ist eine seite jeder macht seinen hebel selber und das haben wir immer sich schwierigkeiten alles klar ich habe immer noch angst dass die gleichen creeper mir irgendwie strich durch die rechnung macht ist mein cobblast und ich habe doch schon 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 und sie gewachsen ist oder sie wort d her ist sie ist holst du den ab oder was soll ich gar nicht wird stehen lassen Ich würde die Bäume unten erstmal alle stehen... Ach, naja, Quatsch, wir brauchen ja erstmal das Holz alles. Wir können später, wenn wir kein Holz mehr brauchen, können wir die Bäume alles stehen lassen und wir pflanzen wieder neue. Hammer. Holst die erstmal ab. Jetzt hätte ich gerne den Timber-Mod. Ja, das wäre mega leise. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr schon wisst, was ich vorhabe, aber ihr könnt es euch bestimmt denken. Was denn? Also mit der Hütte meine ich jetzt, also wie hier ein Netaportal. Was ist denn damit vor? Ja, ich bin da gerade am Bauen. Ein bisschen verschönern und so ein Dach und so weiter. Alter, wie schnell bist du denn bis hierhin gekommen? Ich hätte auch nicht so lange wie du. Hast du den riesen Baum schon abgeholzt oder was? Nein, den habe ich stehen geblieben. Ich lasse diese Bäume immer stehen, die so viel zu groß sind. Warum? Die sieht mega cool aus, ey. Oder du bist einfach nur zu voll durch das ganze Geblätter hier diese Baumstimme zu finden. Abzunagen. Ja, kann auch sein. Abfüllen. Sofort gefressen, Alter. Okay. Wenn du Setzlinge aufsammelst und so, dann gib die mir, ne? Außen und oben abgeholzt, sei egal. Hast du gehört? Ja. Sag mir nicht, du holst die weißen ab. Hast du die weißen abgeholt? Ja. Na wunderbar. Und weiter geht's mit der epischen Game Boy Color Mucke. Die weißen pflanzen wir immer da, wo die Lagune ist. Alles klar. Wie viele Setzlinge hast du schon? Ein paar. Zwei Stück. Wie viele Töne. Wie. Gewinn, 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 gewinn. Wo baust du das Haus hin, wenn du fahren darfst? Was für ein Haus? Ich baue kein Haus. Darf ich ein Haus bauen? Wenn du willst. Aber so, 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 weißt du, ne? Nicht so eng, wie wir das jetzt da gebaut haben mit dem Netaportal. Das ist viel zu eng. Weiß. So. Ich habe schon wieder 49 Seeds. 50. 52. 53. 53 und einen Apfel. So. Jetzt brauche ich erstmal das Nähterhäuschen weiter. Ach, Quatsch, komm, Alter. Dieses bisschen Axt kann ich dann auch noch. Ein bisschen drumherum. Zack. 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 Ach, die sind alle zu hoch. Bisschen von den Blättern auch noch. Nehmen wir auch noch mit und dann, ja. Jetzt haben wir hier die Seeds noch eben kurz auf. aber sieht schon geil aus mit dem wasser hier wie wärs wann holst du dir shatters und ran ans nähter häuschen du 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 Vielen Dank.